Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist in der Tat interessant, dass die CDU-CSU eine Aktuelle Stunde zum Thema Klimaschutz beantragt hat. Ich kann mich da gar nicht daran erinnern, dass wir so etwas schon mal hatten. Das scheint ja eine ganz neue Entwicklung zu sein. Ich finde es sehr gut, dass Sie das tun. Ich finde es klasse. Das gibt uns Gelegenheit, mal Bilanz zu ziehen, wo wir eigentlich im Moment in der Klimapolitik stehen. Wir müssen feststellen, wir verfielen das nationale Klimaschutzziel. Wir müssen feststellen, wir sind in den letzten Jahren vom Vorreiter zum Nachzügler geworden. Wir müssen feststellen, wir verlieren relevante Industriezweige wie die erneuerbaren Energieindustrie. Investitionen in klimaschonenden Stahl, Chemie finden in anderen Ländern statt, nicht in Deutschland. Wir haben hier in diesem Land Milliarden an Folgekosten von Klimaanpassung. Gleichzeitig haben wir einen Riesenberg von ungelösten Problemen, was beispielsweise umweltschädliche Subventionen angeht. Meine Damen und Herren, das alles ist Ergebnis von 16 Jahren CDU-CSU-Politik. Es hat hier welche gegeben in unterschiedlichen Rollen. Die haben sich für Klimaschutz eingesetzt. Aber am Ende, da können Sie sich die Reden der letzten Jahre ansehen, hat es hier eine neue Partei gegeben. Die hat immer und ausschließlich auf der Bremse gestanden. Frau Weisgerber, ich hätte es hier gut gefunden, wenn das eine neue Politik sein soll, dass Sie wenigstens mal ein kritisches Wort zu Peter Altmaier, zu Julia Klöckler, zu Andi Scheuer gemacht haben, die nichts, aber auch gar nichts in den letzten Jahren für Klimaschutz getan haben, sondern das bestenfalls dem Koalitionspartner oder der Opposition überlassen haben. Das wäre ein ehrlicher Neuanfang. Ich kann Ihnen ja sagen, dass das die ersten Gehversuche in der Opposition sind. Da haben wir Erfahrung. Da kennen wir uns aus mit Opposition. Ja, da kennen wir uns aus. Zur Selbstkritik gehört dann, die muss erst mal kommen. Das scheinen Sie noch nicht zu sein. Der zweite Schritt muss aber mal sein, dass man sich ernsthafte Konzepte, Ziele anguckt. Ich habe mir mal in Ihrem Wahlprogramm angeguckt, was da eigentlich zu Klimapolitik steht. Meine Damen und Herren, Sie geben mit Ihrem Klimakonzept dem Begriff schwarzen Loch eine völlig neue Bedeutung. Das ist Ihr Grundproblem. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Der Kollege Träger hat eben 10-H-Regelungen angesprochen. Wir müssen erneuerbaren Ausbau schaffen. Herr Dobrindt, gehen Sie nach Bayern. Gehen Sie so, Herr Söder. Machen Sie da Ihre Arbeit. Sorgen Sie dafür, dass eine neue Bundesregierung hier ernsten Klimaschutz in diesem Land machen, dass wir endlich wieder Vorreiter werden. Sie bremsen überall da, wo Sie Verantwortung haben, aus. Und damit muss Schluss sein, wenn das hier ein gemeinsames Erfolgsprozess sein soll. Und was das größte Problem ist, Sie sind ja noch geschäftsführend in der Regierung. Und Sie haben hier beantragt Klimagipfel Glasgow. Und da gab es eine Erklärung von vielen Staaten, die sagt, wir wollen aussteigen aus den fossilen Subventionen. Was ist passiert? Das Wirtschaftsressort mit dem geschäftsführenden Minister Peter Altmaier hat interveniert, dass diese Erklärung nicht unterzeichnet werden kann. Es gibt jetzt so eine komische Seitenerklärung, die dazu führt, dass Deutschland es am Ende doch machen kann. Das heißt, Sie stehen wieder auf der Bremse. Das Gleiche erleben wir beim Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, wo Sie seit Jahren die ernsthafte Debatte verweigern. Auch da bremsen Sie aus, dass Deutschland einer vernünftigen Allianz beitritt. Meine Damen und Herren, Sie haben es immer noch nicht verstanden von der Union. Sie versuchen jetzt noch, wo Sie hier schon abgewählt sind, Klimapolitik an der Stelle noch kaputt zu machen. Und damit möchte ich zu dem entscheidenden Schluss kommen. Wir haben in den letzten Wochen eine Debatte auf der europäischen Ebene um die Taxonomie erlebt. Und auch da müssen wir feststellen, dass die geschäftsführende Bundesregierung, die Unionsteile, etwas tun, was erstens dem Klimaschutz zuwidersteht, was zweitens meiner Meinung nach auch den Interessen Deutschlands zuwidersteht. Sie versuchen, die Förderung der Atomenergie dort reinlaufen zu lassen, kombiniert mit Gaskraftwerken. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Krischer. Diese Taxonomie wertlos. Und das kann nicht sein. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und damit muss Schluss sein. Das muss eine neue Bundesregierung ändern. Dankeschön. Ich erteile das Wort Dr. Lukas Köhler von der FDP-Fraktion.